Ich baue jetzt den scheiß Würfel zu, Alter. Ohne Witz. Stimmt, den gibts ja auch noch. Okay, ich hab übrigens noch viel... Ich vergesse den jedes Mal einfach. Was könnte ich jetzt noch Tolles machen? Dieses Pferd war das Beste, für was ich meine Liebe je ausgegeben hab. Ohne Witz ist es so effizient. Weil das bringt doch jetzt auch einen Kampf mega viel mit der guten Rüstung, ne? Ja. Auch ne Viertelstunde. Oh ne, ey. Backup Equip, Leute, wir brauchen Backup Equip. Kann man bitte gegen den Backup Equip machen? Ja, ich will zwar jetzt grad erst mal meinen Bogen kurz noch, ja. Wir dürfen einfach nicht sterben, das ist einfach unsere Taktik. Ja. Ich fahm grad noch mal ein bisschen Brot für Essen und Möhren. Hä? Toll. Hallo? Hallo? Na Pause. Hä? 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 Hi. Ja, wir sind wieder zurück nach dem Cut, weil wir hatten grad nen Cut, weil der liebe Fix weg musste und deswegen ja. Das hat es nur sehr, sehr blöde Ausmaße genommen, dass mein Pferd währenddessen weggelaufen ist, weil ich mich ja nicht bewegen konnte und ich find's jetzt nicht mehr. Ich hab in alle Richtungen grad schon gezoomt, aber es ist weg. Das ist halt echt nicht so cool. Das ist mega unfair, man. Einer unserer größten Vorteile ist dieses scheiß Pferd gewesen, wir haben's verspielt. Und das ist nicht mal, was unsere Schuld ist. Wenn's halt wirklich weg ist, ne? Ja, ich lauf grad hier überall hin, wo's hingelaufen hätt sein können, weiß ich, mir fehlt mein Deutsch grade. Aber es ist hier nirgendwo. Ja, okay, dann mach mal du, Kulter, und ich suche. Ich hab's! Ich hab's! Echt? Aber was? Es ist hinter so nem Scheiß, hinter diesem ganzen Schloss, es ist gesiegt, Alter, es wollt sich verstecken, aber ich hab's wieder. Es ist einfach die ganze Map weggelaufen, Alter. Dafür musst du ihn aber einmal schlagen, Alter. Aber, aber lieber zum, lieber zum Trinken, ne, die Gifttränke. Äh, auf jeden Fall. Was wolltest du das machen? Ey, von Pferden kriegt man doch auch Leder, äh, BM. Ja, wir, wir sollten vielleicht, äh, stimmt, stimmt, von Pferden kann man auch Leder. Schau nicht so an, wer mein Pferd neben dir steht. Hat jetzt irgendjemand irgendwie Essen oder sowas? Ich bin dabei, die Farmen grad abzuernten. Okay, und wer kümmert sich um den Cube? Ah jo, den hab ich wieder vergessen. Was macht man mit dem Cube? Die können sich halt auch einfach, also die können theoretisch auch einfach die Burg zerstören. von hinten kommen und so, wir müssen halt von allen Seiten den Cube zubauen eigentlich, ne? Kann man sich ja diesen Rabbid-Height nicht auch Ding machen? Ja, ich glaub vier Rabbids-Dinger ergeben ein Leder. Ja, da haben wir noch ein Leder. Okay, so gut. Das ist gut. Ja, hat noch ein Leder, ist ne Chess. Hey, ich komm, ich komm gleich wieder, ich töte hier grad nur noch ein paar Tiere. Kannst du mir die Flint geben? Ja. Aber, äh, wir haben wie gesagt Ravel, da könntest du selber nochmal farmen vielleicht, ne? Dass jeder nochmal ein paar Pfeile bekommt. Ja, ich bin dabei. Okay. Okay, hab noch ein paar. Warum man kürbelst du irgendwas? Äh, hab Federn, 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 Federn. Ich hab Federn. Ich hab sieben Federn. Ich mach gleich noch zwei Goldäpfel. Da hat jeder einen. Okay, gut. Ja, okay. Soll ich gleich nochmal gucken, ob wir noch mehr kriegen? Mh, mach lieber Backup. Mach lieber Backup. Ja. Ja, das ist halt leichter gesagt, was getan. Wir haben nicht so viel Eisen, ne? Versuch's zumindest. Was geht halt zumindest ein Schwert, ne? Ja, Leute, wenn wir einmal sterben, sind wir total am Arsch, ne? Wir haben einfach keine Rüstung dann mehr. Hm. Ähm. Was sollen wir da machen? Ja, dann dürfen wir ja nicht sterben. Keine Ahnung. Das ist der Plan. Ja. Früher oder später passiert sowas leider. Ne, nicht bei uns. Äh, ich hab hier noch drei Federn in die Chess gepackt, ne? Dann gib mir erst mal meinen Power-3-Bogen, Kulte, okay? Ja, okay. Hä, als ob wir kein Ring haben. Ja. Es wär eigentlich schon echt klug, jetzt nochmal runterzugehen, Eisen zu holen. Weil Eisen rüst... Also, wenn man komplett ohne Rüstung regiert... Was haltet ihr von mir, dem hier erstmal ein Spider-Ei zu geben? Weil irgendwer hat's mitgenommen, das zweite von euch und das bin ich gegeben. Ja, da. Sechs Stück hab ich. Danke. So, ich hab für jeden einen Goldapfel. Seid ihr behindert? Hier sind Kühe. Äh, ich hab... Wir sind dann neu gespawnt. Hä? Ja, die sind dann grad neu gespawnt. Und da waren die ganze Zeit keine. Ich hab wünschen die Map-Gansack geritten. Äh, das ist einfach so. Drei Kühe sind chillig, am Gras essen. Äh, hol mal Milch von denen. Ich hab nochmal richtig viele Pfeile gecraftet. Ich hab jetzt insgesamt... 250. Zweiundfünfzig Pfeile. Ne, ich hab keinen Leder von beiden Kühen bekommen. Nice. Hast du jetzt beide Kühe umgebracht? Ne, hier waren drei. Wir hätten im Vorfeld einfach viel schneller arbeiten müssen irgendwie. Ja, jetzt wird man sich so... Jetzt wird man, äh... Ja, jetzt wird man so, dass man dieses... Vielleicht weglassen hätte. Können, Alter. Ja. Nein, nein, nein! Jetzt merkt man einige Fehler so. Mein Pferd ist fast gesprengt worden. Bau jetzt den scheiß Würfel zu, Alter. Ohne Witz. Stimmt, den gibt's ja auch noch. Okay, ich hab übrigens noch vier... Ich vergess den jedes Mal einfach. Ich hab vier weitere Äpfel noch. Okay. Cupid, jetzt mach den Würfel zu. Mit was? Irgendwas ist scheißegal. Irgendwas einfach. Mit Scheiße. Im Kern macht da Lava rein, dann erschrecken die sich. Das kann sein. Ja, okay. Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Oh, das sind Sklette. Ich töte die mal für... Äh, ja. Pfeile. Also Cupid ist vorne herum zugebaut, ne? Okay. Ja, ich komm jetzt langsam... Was? Hä? Was? So, Leute. Nach dem kleinen, äh, Zwischenfall hier. Nach dem Backup sind wir wieder... Back in der Stüssel. Wir haben noch 50 Sekunden Zeit. Also jeden Moment geht die Battlephase los, ne? Das ist einfach die ultimative Cut-Folge. Ja, gut, dass ich jetzt weiß, wo ich wieder rauskomme, ne? Ich hab jetzt die Orientierung verloren. Boah, Junge, noch 40 Sekunden, dann geht's los. Scheiß auf Rüstung, Alter. Rüstet euch aus, was das Ding angeht. Rüstet euch aus. Ja, ich, 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 ich tu hier nochmal, äh, Eisen in die, in die Kiste, ne? Also ich hab nochmal 19 Eisen hier. Ja, ich hab, ich hab noch 49. Oh, sehr gut, okay. Ja, komm, komm damit hoch. Ja, ich komm schnell. Was soll ich jetzt machen? Ich hab noch Äpfel. Ich, ich mach Goldäpfel. Ich, ich mach Goldäpfel. Ich mach Goldäpfel. Mach die, mach die, mach die, mach die. Ich, ich muss mich mit Dingen ausrüsten mit, äh, was das Ding angeht. Junge, die Wände fallen jeden Moment, die Wände fallen jeden Moment. Ah!